Nächster Tag in Kyoto. Wir sind heute in Arashiyama und zwar ist das ein landschaftlich relativ schöner Bezirk von Kyoto und hier gibt es auch einen Bambusgarten und den werden wir uns heute angucken. Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 ZDF, 2020 Wir waren jetzt gerade hier in diesem kleinen Yakisoba-Laden was essen und der ist halt hier in so einer kleinen Seitenstraße, also da vorne ist die Hauptstraße und das sind gefühlt 5 Meter und dann kommt man hier zu so einem kleinen Laden, Menschen, der halt mega günstig ist mega lecker und das kann ich nur empfehlen und noch mehr Menschen. Das war's für heute. Das war's für heute. Bis zum nächsten Mal. So, wir haben uns jetzt hier noch was zu essen und zwar nennt sich das ganze Yuba-Cheese und ich habe keine Ahnung was es ist, aber wir probieren das jetzt. Bitte zuerst. Okay. Was ist das? Keine Ahnung. Es ist lecker. Ende, ne? Ende. Das war's. So, wir gehen jetzt wieder nach Hause, denn wir haben noch ein paar Videos zu schneiden. Und das war Arashi Erma. Ich hoffe euch hat das Video gefallen und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.